Aber ich glaube, gebracht hat es nichts wirklich. Ich glaube, hier kommt man auch irgendwie hin. Wenn man es richtig macht, kommt man da irgendwie auch rein. Aber es ist auch nicht so leicht. Wackt der Police. So, jetzt erstmal die Magierschule suchen. Ich glaube, wenn man einmal weiß, wo sie ist, dann war die, glaube ich, auch gar nicht so weit weg von der Stadt. So, jetzt geht's. Wie ist er das hier? Das hier jetzt schon so. Ah, nee, das ist ein anderer Eingang in die Stadt. Okay. War hier nicht gerade noch was? Lol, der Kaktus. Ich stirb, dummer Kaktus. Danke für dein Geld. Gehe ich nochmal in die Stadt rein. Ich gucke dann von da aus. Ich glaube. War an einem anderen Ausgang der Stadt, war es nämlich so, dass er dann gar nicht weit weg war. Ich muss noch mal gucken, wo genau. Ah, blöder Mülleimer. Was glaube ich hier direkt irgendwo? Nein, hier auch noch nicht. Hm. Was ist er da hinten? Mal gucken. Nee, nur überall Kaktus, ey. Oder Kaktee. Oh, war das blöde Ding. Das ist nämlich gar nicht so leicht zu finden, wenn man es nicht mehr weiß. Gehe ich nochmal hier ein bisschen rum. Hm, wen haben wir denn da? Guten Tag. Wissen Sie, wo die Zauberschule ist? Guten Tag. Na, keine Ahnung. Ich gehe sehr gern in der Wüste spazieren und suche Sandrosen. In ihnen stecken alle möglichen Schätze. Okay. Auch gut zu wissen. Okay, das hier war, glaube ich, so eine Art Hotel oder so. Ich weiß da auch nicht mehr genau. Oh, überall diese blöden Mülleimer. Hm. Wenn ich dem Typ auf seinem Teppich folge, vielleicht komme ich dann ja dran vorbei. Aber er wird jetzt wahrscheinlich den Weg hier abfahren, beziehungsweise abfliegen. Dann mache ich das gleiche mal. Ich gehe einfach mal nur ein bisschen den Weg entlang. Wie denn, blöder Kaktus. Wie denn, blöder Kaktus. Hm, das ist gar nicht so leicht, die blöde Schule zu finden. Ah, ich glaube, da ist es. Na genau, die ist zu. Und da muss man nämlich hier irgendwo einen geheimen Eingang finden. Ich glaube, hier war er. Ja. 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 Hey, Twinsen! Ich bin's, Joe! Sag mal, ich fühle mich nicht so wohl. Könntest du mir nicht irgendwie helfen? Na, wie denn? Wie? So, jetzt muss ich da nämlich nach oben und dann komme ich da nämlich auch rein. Guten Tag. Vor zwei Monaten habe ich mich bei dieser verfluchten Schule eingeschrieben und bisher nicht eine einzige Prüfung bestanden. Wow. So, wissen wir schon mal, wer der Klassendödel ist. Okay, hier ist verschlossen. Okay, das wird hier nicht so leicht. Na, verdammt. Mach ich das einfach so. Ich habe ja noch genug Leben. Okay. Nicht einfach gepf... Hat ja ganz gut gekloppt. So, jetzt mal sehen. Ah, hat doch wunderbar geklappt alles. Und schon bin ich drin. Der große Rektor der Zauberschule. Willkommen, Twinsen. Es wäre mir eine Ehre, wenn du dich für unsere Schule entscheiden würdest. Aber obwohl du unsere Welt gerettet hast, musst du genau die gleichen Prüfungen wie die anderen Studenten bestehen. Möchtest du dich bei unserer Schule einschreiben? Die Macht des Heilens wirst du bei einer der Prüfungen, die dich zum Magier machen, erhalten. Und sobald du Magier bist, erhältst du die nächst höhere Magiestufe. Die Einschreibgebühr beträgt 120 Kasches. Möchtest du sofort anfangen? Einverstanden. Ich habe nicht genug Kasches. 120 Kasches. Sieben Blühtempel nach. Dort soll angeblich noch ein alter Schatz vergraben sein. Okay, dann mache ich das mal. Da war ich zwar schon, aber dann mache ich das mal. Warte. 120 Kasches. Haben die einen Schaden? Ich habe gerade mal sieben. Boah, ich hoffe mal, dass die Tür jetzt offen ist und ich nicht den gleichen Scheiß nochmal machen muss nachher. Das wäre echt blöd. So, jetzt muss ich mir aber auf jeden Fall merken, wo die blöde Schule ist, weil sonst muss ich sie wieder suchen. Ach, blöde Flatterviecher. Lasst mich doch in Ruhe laufen. Okay. Ah, lol. Gott, habe ich ihn um den Weg genommen. Und da hinten ist die Stadt, ja. Muss mal gucken, wo genau das in der Stadt ist. Das ist direkt am Eingang da, oder? Hallo, wie konnte ich das bitte nicht finden? Da musste ich eigentlich nur mich hier hinstellen. Und dann war es da schon. Und ich bin zu blöd gewesen und bin da ewig lang rumgelaufen. Mein Gott. Aber war das so nah dran. Okay, dann also nochmal da rein. Ach. Ihr werdet mich niemals kriegen. Aber, aber... Was hat der eigentlich für ein Problem? Hallo. Guten Tag. Weiter kommen Sie nur, wenn Sie in einen freien Wagen einsteigen. Bleiben Sie während des Besuchs auf der Strecke und steigen Sie auf keinen Fall aus. Das ist gefährlich. Sie könnten sich verletzen. Okay. Werde ich mir merken. Ich werde aber sowas von aussteigen. Ich werde mich da jetzt erst mal ganz genau umsehen. Blöde Einschreibegebühren, hey. Ich glaub's nicht. Ich weiß nicht, was er gemeint hat mit, Schatz. Dann werde ich mal die anderen auch. So, mal sehen, was wir hier so alles haben. Das ist so, was braucht doch jemand. Ohne mich kommt der Wagen da, glaub ich, nicht raus. Gut, gut. Dann passt das. Ja, 54 habe ich schon mal. Das passt doch dann schon mal. Okay, jetzt muss ich den auch mal eine Runde fahren lassen, damit ich in das nächste Ding komme. Dann warte ich einfach mal hier. Sobald er wieder kommt, springe ich auf. Sobald er wieder kommt, wenn ich in das Ding komme. Was machen wir denn hier? So, hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Was ist da hinten? LOL